Leute und damit hallo und herzlich willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Ich freue mich wahnsinnig, Leute, wie das Wochenende, was heute gelaufen ist. Das ist der Hammer, ein absoluter Traum und ich hätte es mir nicht im Geringsten vorstellen können, übers Wochenende ruckzuck mal 150 Abos damit beizukriegen und die 1000 geknackt zu haben. Leute, ich bin euch so dermaßen dankbar, auch der lieben Elbhänger-Gemeinde. Das ist einfach super der Support, der heute Morgen im Livestream noch damit zukam. Ihr seid die allerbesten, ehrlich, Leute. Ich bin euch allen, wirklich allen so mega dankbar und das kann nur ein geiles Jahr werden. Wir haben nur noch vier Wochen vor uns, bevor das rum ist und es kann nur geiler werden. Und ich hoffe, ihr begleitet mich alle noch irgendwie bis Ende des Jahres und natürlich dann ab Anfang nächsten Jahres gleichermaßen wieder mit. Und seid an meiner Seite, guckt meine Videos. Leute, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach Wahnsinn. Ich bin euch allen wirklich mega, mega dankbar. Ihr seid genial. Ihr seid echt die aller, allerbesten. Das einmal als kleines, ganz kurzes Dankeschön an euch. Mega, mega gut. Ihr seid echt die aller, allergeilsten. Leute, bleibt gesund. Macht euch einen schönen zweiten Advent nächsten Sonntag. Und ich hoffe, bis dahin sehen wir uns noch ein paar Mal. Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank, Leute. Bleibt gesund. Macht's gut. Bis dahin. Und ciao. 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 Ciao.